Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, die Inflationsdaten waren nicht so berauschen, wie wir es erwartet haben. Ich habe deutlich mit einem Rückgang gerechnet. Wir sind aber nur um 0,1% gesunken, haben die Prognose damit auch verfehlt. Auf den Charts hat auch deutliche Auswirkungen gehabt. Kurzer Pump, dann wieder Dump und jetzt sind wir doch wieder oben. Wie geht es jetzt weiter? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Und da habe ich gestern auch nochmal ein paar Updates gegeben, auch zum Bitcoin und Ethereum-Trade. Also wenn ihr die nicht mehr verpassen wollt, kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise in der Kommentarspalte. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, momentan traden wir bei ungefähr 22.140 US-Dollar. Wir sind ans Golden Pocket gekommen. So habe ich das gestern dann auch nochmal in der Gruppe gepostet. And Golden Pocket Hit. Und die Reaction, die wir da drauf eben folgend hatten, ging dann bis runter in die 1-Stunden-Demand bei ungefähr 21.860 US-Dollar. Also im Endeffekt, perfekte Reaktion am Golden Pocket, wer das mitgenommen hat. Herzlichen Glückwunsch. Sind nämlich hier direkt eingetaucht. Hätte man auch mit einem engen Stop-Loss über diese, sag ich mal, Ineffizienz hier oben traden können. Wir sind weiterhin in unserer Long-Position. Einerseits natürlich bei Bitcoin zu Ethereum. Kommen wir gleich nochmal, wie es da weiterhin aussieht. Aber ich bleibe jetzt auch hier erst einmal Long eingestellt. Was ich mir aber trotzdem sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass wir uns hier oben diesen Bereich um 22.320, wo eben unser Hoch im Golden Pocket war, noch einmal holen. Und dann zumindest die Ineffizienz hier oben abholen. Weil die wurden noch nicht gefüllt. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Upside-Potenzial. Sollten wir hier wieder rejected werden, dann ganz ehrlich wird es interessant, ob wir hier unten überhaupt bei den 21.700 US-Dollar uns halten können. Oder ob wir dann, sag ich mal, den Trend nach unten hin erst einmal fortsetzen. Wichtig war, wir hatten einen Stunden-Close oder mehrere Stunden-Closes jetzt über diesen 22.090 US-Dollar. Heißt über diesen Hoch, das heißt der Downtrend vorüber geht. Ist jetzt erst einmal, sag ich mal, abgestafft oder beziehungsweise erst einmal gebrochen. Der übergeordnete Downtrend liegt aber noch vor. Dafür müssen wir mindestens die 22.800 US-Dollar durchbrechen. Erster Step haben wir gestern schon darüber gesprochen. Sollten wir jetzt hier am Golden Pocket rejected werden. Was ja gestern schon passiert ist mit der ersten Reaktion. Haben uns jetzt aber leicht wieder erholt, trotz der ganzen SEC-Sachen mit USDC und den ganzen Stablecoins, die da momentan rumlaufen. Ja, es sind keine Wertpapiere. Ich glaube, darüber brauchen wir uns jetzt einfach nicht zu lange aufhalten, solange es nicht verboten ist. Passiert da rein gar nichts. So ehrlich muss man sein. So, wie gesagt, sollten wir hier oben rejected werden. Mit dem Hoch werde ich auf jeden Fall nochmal einen Short probieren, weil eben die Long-Position noch läuft. Take Profit 2 mittlerweile erreicht. Das habe ich ja auch in die Gruppe geschrieben. Dann eben die Reaktion nach unten. Ansonsten müssen wir hier drüber brechen und mir wäre es echt wichtig, dass wir hier mindestens ein Daily Close darüber schaffen. Schaffen wir ein Daily Close darüber, bin ich deutlich bullischer. Und dann können wir auch mindestens Richtung 22.800, wenn nicht sogar 23.500 US-Dollar steigen. Werden wir natürlich rejected, dann bin ich erst einmal bearish. Und zumindest bis 20.900 bis 20.400 US-Dollar ist dann erst einmal alles in Reichweite. Aber erst müssen wir hier oben nochmal die Ineffizienz zumindest holen, kriegen wir hier sofort eine Rejection rein. Bin ich bearish, wir gehen short. Bearish Divergence haben wir momentan keine vorliegen auf dem 1-Stunden-Chart. Der sieht ganz gut aus. Wir blicken mal ganz kurz noch auf den 4-Stunden-Chart, wie es danach aussieht. Auch hier keine Bearish Divergence. Wir sind im mittleren 50er-Bereich, also absolut alles noch im Rahmen. Wie gesagt, dieser Bereich hier wird sehr, sehr interessant werden. Auch hier ziehen wir uns mal ganz kurz das FIP-Level dazu, von unserem Low zu unserem High. Da sehen wir auch, okay, 21.700 US-Dollar sind noch drin, aufgrund auch des WIX, welchen wir da gestern vorgefunden haben. Tiefer sollten wir meiner Meinung nach nicht. Ansonsten ist die Struktur wieder gebrochen und wir können uns wirklich auf tiefere Kurse einstellen. Nach oben hin, wie gesagt, das war mein Handy, 22.300 US-Dollar müssen durchbrochen werden. Also 22.360 US-Dollar mit einem Daily Close. Dann bin ich Bullish und danach müssen wir weitergucken, ob wir weiterhin, sage ich mal, so viel Power im Markt haben, dass es weiter nach oben gehen kann. News erwarten uns heute keine. Das heißt, es könnte ein relativ ruhiger Tag werden, außer irgendwas an den Indizes passiert. Gut, dann rüber der Blick zu Ethereum. Wie sieht es da aus? Auch hier perfekt eigentlich im Endeffekt alles abgeholt. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Auch hier diese Order habe ich ja geteilt, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt in Ethereum reingegangen. Das war hier unten bei den 1.470. Perfekter Anstieg, so wie wir es prognostiziert haben. Klar, nochmal dieser Scam Week, den wir dann gestern im Endeffekt hatten, hier zu den Inflationsdaten. Das war aber relativ klar. Trotzdem Stop-Loss wurde nicht gehittert. Glück gehabt, weil eine Stunde später ging es dann ordentlich nach oben in der Spitze bis auf 1.568 Punkte. Zwei Take-Profits wurden auch hier, oder drei wurden sogar mittlerweile erreicht. Die Position ist trotzdem noch offen mit einem Reststück. Einfach umgegebenenfalls hier oben dann im Golden Pocket. Das ist immer noch so ein bisschen der Zielbereich, auch aufgrund des Volumens, was hier eben reingekommen ist, dass wir zumindest ins Golden Pocket gehen. Wir machen das mal ganz kurz weg, das verwirrt noch ein bisschen. Dass wir zumindest hier ins Golden Pocket reingehen. Ihr seht, ich habe hier schon so eine kleine Short Order, beziehungsweise so eine kleine Limit Order hinterlegt, wie wir das dann im Endeffekt traden. Aber wie gesagt, das ist kein Limit Order. Wir warten hier wirklich wieder auf die Reaktion. So wie wir es gestern bei Bitcoin gesehen haben, war es perfekt. Und sowas möchte ich im Endeffekt auch bei Ethereum sehen. Dass wir einfach nochmal zumindest die Liquidität, die über diesem Hoch liegt. Und das ist eben hier dieser Bereich bei den 1.568 US-Dollar holen. Dann ist es nicht mehr weit zum Golden Pocket. Es sind dann noch 10 US-Dollar. Da oben sollten wir auf jeden Fall reinkommen. Können wir uns hier oben sogar stabilisieren. Vom Errors im 4-Stunden-Chart sieht es danach aus. Zum 1-Stunden-Summe schon nah am überkauften Bereich. Ansonsten wird es wahrscheinlich nochmal runtergehen und wir füllen dieses Void, was hier ungefähr bei 1.525 US-Dollar liegt mindestens. Auch hier lohnt sich ganz kurz der Blick auf unser Golden Pocket. Wie sieht es hier aus? Demnach hätten wir sogar Luft bis 1.500 US-Dollar. Passt auch gleichzeitig dazu, dass wir hier unten eine 1-Stunden-Demand-Zone haben. Trotzdem, erstes Ziel wäre hier erst einmal das Void. Fallen wir hier sofort durch. Natürlich ist das nächste Ziel hier unten die 1-Stunden-Demand-Zone mit eben dem Golden Pocket, was hier eben bei den 1.498 US-Dollar liegt. Darauf werde ich mich jetzt erstmal konzentrieren. Also auch hier, wir lassen den Long offen. Gegebenenfalls eröffnen wir hier oben einen Short, haben damit ein bisschen weniger Risiko als diese 3,24%, weil er halt eben der Long parallel noch läuft. Mal gucken, ob wir das mit der gleichen Positionsgröße machen. Das muss ich mal noch dazu schauen oder sagen dann in der Gruppe, wie wir das genau dann eröffnen. Wie gesagt, 25 oder 30% sind noch von der Position offen. Ob wir dann auch nur mit den 30% einfach Short gehen und damit, ich sage jetzt mal, 0 auf 0 rausgehen, werden wir dann zeigen. Ansonsten, das ist jetzt erstmal der Plan. Golden Pocket nach oben hin, dann gegebenenfalls Reaktion bis ins Golden Pocket nach unten. Mindestbereich 1.526 US-Dollar. Gegebenenfalls hier nochmal eine neue Long-Position eröffnen mit einem Stop-Loss unterm Golden Pocket. Würde bei 2% Risk liegen. Aber das schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ziel, Golden Pocket. Danach schauen wir weiter. Zu viele Prognosen jetzt für die nächsten Stunden oder Tage macht momentan, meines Erachtens nach, wenig Sinn. Und wäre ein bisschen unseriös jetzt hier zu sagen, ja wir gehen dahin und dann dahin. Ne, wir schauen wirklich von Tag zu Tag. Und dafür ist auch die Telegram-Gruppe da, damit ihr da wirklich tagesgenau oder aktuell halt einfach die Updates reinkriegt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Blockchain-Chinesische Regierung forscht an Zukunft. Also sie verbieten bestimmt wieder Bitcoin. Auf die News warte ich noch, die gab es dieses Jahr noch gar nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von China, dass sie es nicht zum 5000. Mal wieder ein bisschen verbieten oder sonstiges. Trotzdem, China sollte man nicht unterschätzen. Auch hier sollte natürlich Blockchain vorzufinden sein in den nächsten Jahren. Also es wird auch da nicht vorbeigehen. Ich glaube, früher oder später wird sich China dem ganzen Krypto-Hype oder sonstigen auf jeden Fall wieder öffnen. Wird auf jeden Fall spannend, wenn euch der Artikel oder weitere News, die hier noch vorzufinden sind, interessiert. Schaut bei CryptoGuru vorbei, da kriegt ihr die aktuellsten News. Link wie immer unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in der Telegram-Gruppe. Wenn irgendwelche aktuellen News sind, landen die sofort per Chatbot bei uns in der Gruppe. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann, ja heute Abend, ich weiß noch nicht, ob ich Livestream schaffe vom Zeitlichen her. Ja, ansonsten morgen auf jeden Fall zum Livestream wieder. Später kommt noch ein Altcoin-Update-Video. Was verrate ich noch nicht? Lasst euch überraschen. Ansonsten, wenn ihr Altcoin-Wits habt, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.